recht herzlich willkommen zur 30. folge von europa universalis 4 mit den irokesen ja die sind hier die irokesen und wir wollen jetzt gucken dass wir weiterkommen wie werden wir unser land erweitern das ist die frage könnten wir mal hier den krieg erklären was da so geht oder nicht die haben gerade keine anderen gut dann heißt das wir bauen unsere armee auf und werden die hohronen angreifen in der hoffnung dass das dann so klappt wie wir das vorhaben was sind das für zwei erstmal 1000 kanonen und 1000 infanteristen jetzt brauchen wir noch kavalerie da gut da 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 und dann noch einen von trösten wenn überhaupt aber wir können laufen lassen dass wir das nix diese pensionen der engländer sind weg wollen wir nicht mehr gegen die franzosen kämpfen alles klar so bauen wir welche wie sieht es dann aus mit dem geld wahrscheinlich dann schlecht und wenn die gleich da sind dann war es das ne ist halt nicht so doll ne man kriegt es halt teuer dann können wir zusammen schließen dadurch schon mal was wir auch dahin hatte noch nicht fertig wenn wir dann noch was machen ja dann haben wir dann noch ein das noch eher eine truppe fertig geworden ok wo hätten am nun gestorben keine ahnung wer das war wahrscheinlich haben wir jetzt schon negative einnahmen ne noch nicht ganz da kommt auch noch eine einheit gut dann sind wir bei 8 und 12 die frage ob wir da irgendwo gegenwehr haben da können wir noch hinziehen oder das geht nicht immer da mal hin oder kommen nicht mehr sehen so kein anführer dann müssen wir natürlich auch noch ausheben dann aber wir haben wir doch da ist ausgehoben haben wir den dann gehen wir mal gerade dahin ja geld 49 cent noch plus na komm schon können wir nicht genug geld haben gut dann machen wir das mit denen halt diplomatie krieg erklären die haben keine auf ihrer seite wir rufen die auch ein krieg und erklären den krieg jetzt haben wir doch schon wo wir gehen erst zurück und die da unten die bin ja gerne mal helfen kommen da kann das sein ja super ich dachte die wollten uns helfen aber das sieht doch nicht so aus die laufen gleich durch super aber da kommt die unterstützung vielleicht so das sieht ganz positiv aus dann dann hat man gerade so geklappt dass die uns helfen gleich hinterher die haben auch noch einen bürgerkrieg auch noch da super und der helfen nicht die legen zurück okay gegen die truppen haben wir gewonnen gleich hinterher den aufstand niederschlagen auch gewonnen jetzt da hinterher ja sechs gegen fünf war jetzt haben sie sechs gut da können wir das abbrechen mal zu spät wahrscheinlich das werden wir da auch noch verlieren gut geklappt und was machen die hier urlaub schade das hat ja dann nichts gebracht ja schön dass unsere einheitenverlust erlitten haben weiß ich auch bilanz ist unten wir haben die nicht angreifen können super oder die stehen hier rum jetzt können wir auch tatsächlich aber bis die da sind haben wir schon verloren naja ging doch schneller als gedacht ja ich glaube die schlacht könnten wir sogar vielleicht gewinnen die ziehen locker durch ne können wir jetzt nix doch können wir was die truppen müssen wir jetzt dazu holen hat anders keinen sinn ja fünf einheiten können wir die dann sehen wenn wir da rüber gehen ich glaube nicht nur die da da sind noch ein paar indianer drinnen kommt schon wird fertig schier da rüber da kommen schon wieder 10 super und die kommen jetzt nicht dahin ne nö auch gut ne warum greifen die nicht mit an blödsinn so jetzt aber komm auf geht's rein da füllen auch nicht hin wenn wir die geschlagen das ist das wichtigste erstmal noch nicht mal das noch nicht mal das da haben wir keins weiß nicht wo sie sind aber ich lauf mal gerade dahin schon wieder die da ist gerade keiner zu hause ah die sind da unten okay das bedeutet wir müssen schnell da machen die marschieren da unten schon okay weiter kommen wir noch was aufrüsten dann stimmt kein geld geht nicht gut die laufen jetzt ins verderben ne doch nicht die gehen hinten rum jetzt ist die frage ob wir schneller was schaffen wie die da unten dann guck mal die rüsten sogar auf während die auswärts sind das schaffen wir doch noch nicht mal oder wir haben keine reserven mehr auch noch das komm 11 prozent so darum jetzt kommen die zu uns aber die haben frieden geschlossen super jetzt sind wir alleine gestellt mit denen super super das bedeutet wir müssen auch frieden schließen so das geht nicht das war klar welt des friedens gibt es nicht geht auch nicht da geht nichts können wir noch nicht mal frieden schließen wahrscheinlich ne das ist ja noch besser ja tribute fordern ist nicht drin da geht nichts da geht noch nicht mehr aber weißer frieden rot weitermachen pause rausnehmen anders geht es nicht jetzt können wir das nochmal probieren 15 15 also kaiser gekommen verlieren wir stabilität immer oder das weiter oder das weiter angebot erstmal kontrollieren wenn es und sie verhandeln ganz okay sind werden zwungen sein wohnen jeden monat zehn prozent an risikationszahlen die dauern bis zum ja noch schöner 63 prozent wo soll das denn achso weil die unsere festung eingenommen haben okay bürgerkrieg auch schön ja die kontrollieren die provinz ich will mal hoffen dass unsere das da auch mal grad gleich schaffen bevor die da kommen unser bindingspartner der hat sich ja ganz diskret da rausgezogen ja wenn das da mal jetzt fallen würde dann wäre es ein bisschen besser wohl aber selbst das klappt noch nicht mehr geld haben wir auch nicht müssten man da denn aufnehmen dann wird das vielleicht noch gehen ach ach jetzt können wir schon nicht mehr abnehmen jetzt sind wir schon so doof dran dass wir das ja ja super ne ja dann was wollen wir machen ne kannst du nichts mehr machen wenn du sowas hast also negativ hat nichts funktioniert ist ja schon wunder dass wir kein land verloren haben tja die haben tolle verbündete wer ist das hier unten eigentlich nur so englisch in anführungsstrichen ja da geht jetzt ein krediten nach dem anderen los da lenkt obwohl 54 jeweils dreimal das ganze und nix hier jetzt ja stellt sich die frage was man hier machen soll ne weil machen kann man irgendwie nicht so ganz so viel ne fündnis anbieten könnte man aber das beziehung verbessern wir schon bei denen familien beim namen anspruch fingieren wo machen wir einfach mal ne das bleibt uns anders über so zerstörte werkstatt zerstörter tempel alles ist kaputt müssen wir dann auch noch reparieren wenn es nur eine technologie investieren ok ja das machen wir doch mal und das können wir auch machen bringt uns aber nicht viel weil wir nicht am meer sind ne die große seiner kanone ist ja dann schon mal was ordentliches schiffe sind natürlich jetzt irgendwie daneben auch 4,42 dann müssen wir nur einen monat weiter können wir ein darlentilgen 57 geht noch nicht das ist also mit zinsen dann ist es bei 58 gut dann werden wir das erste tilgen ok da können wir tilgen machen wir sofort damit das weg ist das ist besser so nächste ist bei 70 haben wir noch 4 plus das ist ja schon mal gut sind zwar noch ein paar tage bis es läuft aber hinkriegen tun wir es auch noch hier müssen wir aufgefüllt werden wird wohl auch werden da müssen wir noch was dran tun können wir aber glaube nicht oder wo war das nochmal mit dem da oh doch können wir einmal steigern zweimal steigern mehr geht nicht aber schon mal besser ja das ist ja schon mal legitimität so hoch zu haben das ist ja schon mal richtig gut ne verbessert unser prestige was müssen wir denn haben 50 ok 21 haben wir gut ok aber ich würde mal sagen für die runde soll es erst wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020